Zunächst einmal finde ich es toll, dass die Betriebsräte hier so zahlreich zusammenkommen. Das ist ja hier eine Institution geworden, dieses Forum, ein Ort des kollegialen Austauschs. Und die Betriebsräte sind ein Herzstück unserer Demokratie. Denn Demokratie, sie endet nicht an den Werkstoren, sondern wir müssen gerade auch am Arbeitsplatz deutlich machen, dass wir nicht über die Köpfe der Leute hinweg den Wandel gerecht gestalten können, sondern dass es nur im Betrieb geht. Und dafür stehen die Betriebsräte mit ihrer Arbeit jeden Tag.